herzlich willkommen bei futorial mein name ist hin ein kurtholosch und wir sind beim track rating heute gibt es gekko mit tripper yo manchmal bin ich mir nicht sicher ob leute wirklich eine bewertung wollen oder ob die mich nur trollen wollen also ich hab dann mal gecheckt also es scheint ein offizielles release zu sein es gibt sogar ein video dazu das ist die wave form es ist so laut warum ist es so laut es ist wirklich abartig laut ich kann es euch mal demonstrieren wir nehmen mal hier eine stelle die wirklich abartig laut ist das ganze ist auch völlig also wirklich so ich meine klar es kann immer stilmittel sein aber ich finde das ich finde das klingt scheiße ich kann dem nichts abgewinnen also wir schauen uns jetzt mal die perceived lauten das an dieser stelle an amplitude statistik scan selection minus 2,2 also das ist schon wow possibility possibly clip samples ja auch schon einige also das ist to the max viel lauter geht es eigentlich nicht why i don't know akustisch kickts mich auch nicht so richtig ich finde das richtig scheiße ich habe mal im forum geguckt also teilweise finden die leute das sogar cool also ja irgendwie abgefahren aber ich finde das weiß nicht mir ist das vom vom sound her einfach zu trashig der also verzerrte sounds ja da finde ich es immer immer der trick oder oder dass das kniffige daran oder das das schwierige eigentlich ist ja man benutzt einen verzerrten sound wie eine e-gitarre ist völlig verzerrt ja klingt aber cool klingt krass klingt ja nicht kaputt das ist ein schmaler grad aber das ist eigentlich das was man immer hinkriegen will man will einen brutalen verzerrten sound der aber nicht klingt wie eine scheiß anlage und das klingt für mich wie eine kaputte anlage ich kann dem bei dem sound design dieses dieses track tracks dieses trips kann ich keine raffinesse erkennen also ne es tut mir leid wie soll ich das bewerten das ist das ist so abstrakt vom sound design und mix down und mastering weil das argument im prinzip immer zieht also ich könnte jetzt irgendwas dazu sagen ich könnte sagen da sind zu viele obertöne in in der kick drum vor allem sind dazu viele in diesen nervigen frequenzbereichen und nicht dieses nicht so schöne obertöne so die dritte und vierte harmonische dann wäre die antwort immer ja in dem fall ist das aber genauso gewollt und ich glaube sogar dass diese lautheit dass man dann sagt ja aber in dem fall ist das genauso gewollt das war ein künstlerischer kniff ein oder ja die hier wo die künstlerische freiheit insoweit ausgedehnt dass man gesagt hat nee ich will dass das genau deswegen kann ich dazu nichts sagen also ich finde es trifft ganz 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 krass meinen geschmack nicht ob es objektiv scheiße gemacht es ist eben dann die frage ob es also ne ist ein bisschen die frage dahinter wenn ich extra was scheiße machen möchte wenn es dann scheiße ist habe ich es dann gut gemacht oder nicht also wenn das ziel ja war das soll kaputt und scheiße klingen dann habe ist ja im prinzip richtig und gut gemacht wenn es das auch tut und so würde ich den track einschätzen also ich würde denken das ist so eine art provokation das ist kunst bei kunst gibt ja immer dann so diese frage ist das kunst oder kann das weg in meinem fall kann das weg kann dem nichts abgewinnen kommen wir mal zu einer bewertung ne also ich höre in dem song leider nichts was ich gut finde innovativ ja irgendwie alles mal so verzerren ja knaller idee aber ich kann mir auch kaum vorstellen dass daraus jetzt irgendwie ein neues genre sich erhebt daraus sound design ich persönlich muss sound design jetzt mal subjektiv machen ich kann dem nichts abgewinnen ich höre da nichts cooles drin mix und mastering finde ich auch ganz miese ganz mies aber wie gesagt weil ich das so also wenn das das ziel war war es vielleicht gut aber ich würde mir das nicht freiwillig anhören wollen sorry habe ich eigentlich gesagt also ja klar habe ich gesagt von wem das ist geko wie kommt er denn an wahnsinn da sind da sind wir jetzt uns mal wirklich gar nicht einig ja das wird ein paar foren bands nach sich ziehen ich werde hier in die statistiken gehen und gucken wer hier so eine scheiße bewertet quatsch jeder kann hier machen was er will ich kann es nicht nachvollziehen klingt für mich ganz schlimm elisa why is the bus going ja sehe ich höre ich genauso kein bus klingt nicht geil ist ein scheiß ding tut mir leid naja interessanter song fürs track rating ist er trotzdem in diesem sinne das war track rating bis demnächst macht gut und auf wiedersehen tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal